So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr hier reinschaut zu Stimmen der Vergangenheit. Eine, wie ich finde, fast schon essentielle Erweiterung zu Tainted Grey, die viele Leute sehr begeistern dürfte und viele Leute würden aber auch sagen, die brauche ich überhaupt gar nicht, denn es ist eine Erweiterung. Ich würde es nicht mehr ohne spielen. Sie fügt halt sehr viel Story und Hintergründe zu den Charakteren hinzu. Spielerisch hat sie aber wirklich nur minimale Auswirkungen. Das Ganze läuft eben so, wenn ihr zum Beispiel die normale Kampagne spielt mit Beor, dann nehmt ihr euch hier so ein Blatt und jetzt habt ihr da so verschiedene Achievements, die ihr erreichen könnt. Wie hier zum Beispiel, erkunde Ort 116, dann kann man hier in dieses Buch der Erinnerung gucken, würde dann eben hier zu Beor hinblättern und würde dann seine dritte Erinnerung lesen. Und wenn ich halt irgendwie hier das andere schaffe, ist beim Rasten keine Nahrung, wenn man hier auf Null ist, liest die zweite Erinnerung. Dann würde man halt hier gucken, woran er sich noch so erinnert, was so seinen Charakter quasi ausmacht. Sprich, das hier fügt dem Spiel Tiefe hinzu. Fügt euren Charakteren Tiefe hinzu, die es einfach in der normalen Kampagne nicht gab. Wenn ihr es schafft, alle drei Sachen bei einem Abschnitt zu erreichen, dann bekommt ihr hier so eine Verbesserungskarte. Über den toten Punkt wäre das jetzt hier zum Beispiel. Das wäre dann diese Karte. Die legt ihr vor an Charakter. Die müsst ihr nie durch irgendeinen Spieleffekt ablegen. Aber ihr könnt sie nur einmal in der ganzen Kampagne benutzen. Dann ist die halt weg. Das heißt, wieder so etwas Klassisches, wo man denkt, na, das bewahre ich mir mal auf. Tipp bei solchen Sachen immer, am Ende hat man es gar nicht benutzt. Benutzt es lieber relativ früh, wenn es gut ist. Oder hier, schöpferisch beflügelt, dann hat man einfach einen Gegenstand deiner Wahl, der kein Begleiter ist oder unerbittliches Training. Da kann man halt seinen Kampfstapel einmal kostenlos verbessern und nimmt eine Karte seiner Wahl aus dem ganzen Verbesserungsstapel, anstatt drei Karten anzusehen und eine zu wählen. Und es gibt halt für jeden Charakter aus allen drei Kampagnen jeweils drei von diesen Karten. Und ihr seht schon, auch nur ein einmaliger Nutzen. Das heißt, spielerisch hat das gar nicht so einen großen Impact. Aber es kommt halt eben einfach noch ein bisschen mehr Tiefe in diese Charaktere. Und das mag ich persönlich sehr. Wenn man es irgendwann geschafft hat, wirklich alle drei Abschnitte hier zu erreichen, dann schaltet man quasi das Ding hier frei. Das darf man auch erst dann versuchen zu erreichen. Hier, Erkundeort 121, zahle zwei Energie, um da eine Rache vorzubereiten. Da hat man schon ein bisschen eine Ahnung, wo das Ganze hingeht. Lies Beos zehnte Erinnerung. Die liest man hier. Das ist quasi das große Finale. Und danach darf man sich eine verbesserte Charakteraktion hier aus dem Stapel suchen. Das wäre jetzt bei ihm hier der Handwerksmeister. Erhalte einen herstellbaren Gegenstand deiner Wahl. Durchsuche dazu den Gegenstandsstapel. Mische ihn danach. Die sind dann schon durchaus eine kleine Verbesserung. Sind auch nicht übermächtig. Manchmal ist es auch einfach so ein passiver Effekt, wie hier bei ihm. Man darf alle Effekte von Wahnsinnskarten ignorieren. Auch einzelne, außer der Regel zum Ablegen der Karte. Sowas gibt es irgendwie, ich glaube insgesamt dreimal, dass man so einen passiven Effekt bekommt. Und wie gesagt, das ist für alle Charaktere aus allen bisherigen drei Kampagnen drin. Für jeden Charakter gibt es halt so ein doppelseitiges Blatt. Das gibt es halt hier hinten dann nochmal. Sprich, da würde ich, also je nachdem wie oft ihr Tainted Grey spielt, aber ich würde dann empfehlen, wenn ihr denkt, ihr spielt das häufiger, einfach laminieren oder mit einem Bleistift ausführen. Also ein Bleistift ausführen ist wahrscheinlich das Beste, weil das hat man nur liegen. Soll ich das immer im Hinterkopf behalten und kann das dann eben abhaken, also mit Bleistift oder laminieren. Und dann bekommt man halt diese einmalige Aktion, bekommt diese Verbesserung und bekommt eben unfassbar viel mehr Tiefe für alle Charaktere. Man kann das halt immer in jeder Weiterung nehmen. Ich würde es auch eigentlich immer direkt mit reinnehmen. Sprich, das ist für mich so eine Tainted Grey-Erweiterung, wenn man das Spiel eh schon mag. Und auch gerade, wenn man es für seine Geschichte mag, dann ist die einfach absolut sinnvoll. Die macht das Spiel nicht groß komplexer. Sorgt nicht dafür, dass es irgendwie mega krass viel mehr Aufwand wird. Die Sachen hier muss man halt so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber wenn man das irgendwie gemacht hat und es irgendwie nicht direkt abgehakt hat, dann muss man sagen, ah, warte, hier habe ich doch vor zwei Runden geschafft. Also ich kann die nur sehr empfehlen. Natürlich gilt, wenn ihr halt die ganzen anderen Erweiterungen nicht habt, sondern nur das Grundspiel, könnt ihr natürlich das nur für die normalen Charaktere benutzen, die ihr habt. Aber es ist vielleicht auch ein guter Incentive, sich nochmal die Erweiterung zu holen. Und ja, ich wollte das Spiel jetzt auch einfach machen, weil ich hatte gar keine Idee davon, was das hier ist. Dachte auch so, ah, noch so eine Erweiterung für Tainted Grey, kostet wieder bestimmt viel Zeit. Braucht man das oder nicht? Aber nein, easy zu integrieren, eine super gute Bereicherung. Also wenn ihr bisher sehr viel Spaß mit Tainted Grey hattet, dann ist stimmende Erweiterung, glaube ich, so eine Erweiterung, die man sich auch noch gut dazu holen kann. Das war es dann von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht getan habt. Und dann sage ich bis bald. Und tschüss. Ja. Und dann più ab Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.